Leute, heute packen wir mal keine normale Bestellung, sondern eine B2B-Bestellung. Und zwar packen wir die Bestellung vom lieben Mirko. Und wenn auch du einen Candy-Shop oder einen Kiosk hast, klick einfach auf den Link in meiner Bio, dann kommst du zu meinem B2B-Shop. Mirko hat insgesamt 12 Nerds Rainbow bestellt, dann 15 Mal die beliebten Jelly Scores, also 15 Stück in einer Packung. 20 Mal Nerds Rob Berry Berry, 20 Mal Nerds Rob Rainbow, 15 Laffy-Taffy Blue Raspberry, 15 Laffy-Taffy Cherry, 15 Laffy-Taffy Strawberry, 15 Laffy-Taffy Sour Apple, natürlich 10 Mal die heiß begehrten Takis Blue Heat und zum Schluss auch 10 Mal Hurst Deep-Dish Pizza. Und damit auch du was zum Naschen hast, bekommst du von mir die Chilinis Flaming Hot. Vielen Dank für deine Bestellung!